Wir begrüßen Herrn Eric Toussaint, er ist Sprecher der CADTM und er ist auch Wirtschaftskoordinator im Wahrheitsausschuss zum Thema griechische öffentliche Verschuldung. Damit erhält der nächste Redner das Wort. Ich werde jetzt auch ein sehr stichhaltiges Ergebnis dieser Arbeiten vorlegen. Hier sind ja Anhörungen von diesem Untersuchungsausschuss organisiert worden. Und da sind Panaiotis Humiliotis aus dem griechischen Parlament hierher eingeladen worden. Der war griechischer Verhandlungsführer gegenüber dem IWF 2009-2010, als es seinerzeit um das erste Memorandum ginge für Griechenland. Und in unserem Bericht benennen wir die Dinge ganz klar. Die Griechenland hat ja ein grundlegendes Problem ab dem Jahre 2010 gehabt. Das war eine hohe private Verschuldung zu beobachten. Es gab eine private Kreditblase, die natürlich auch insbesondere von französischen und deutschen Banken hier befördert wurde. Aber auch die griechischen Banken sind zu nennen. Wenn ich jetzt von den französischen Banken spreche, sind das vier große Kreditagol, BNP Paribas, die Société Générale und die Gruppe BPCE. Und bei den deutschen Banken sind das drei oder vier große deutsche Banken. Und es sind auch insgesamt vier griechische Banken zu nennen. Das sind eigentlich nur sehr wenige Akteure unter der Kontrolle sehr mächtiger Aktionärer. Und diese Anteilseigner haben dann von der EZB die für sie notwendige Unterstützung erhalten. 2010 war das Jean-Claude Trichet. Und heutzutage ist es Mario Draghi. Beide kommen ja aus der privaten Bankenwelt. Wir haben ja Herrn Panaiotis Humiliotis vor diesem genannten Anhörungsausschuss vernommen. Und er hat auch darauf hingewiesen, dass Jean-Claude Trichet schon bei der Vorbereitung des ersten Memorandums Griechenland bedrohte. Er hat damit gedroht, den Zugang zur Liquidität für die griechischen Banken abzuschneiden, wenn Griechenland eine Schuldenkürzung verlangen würde. Für Trichet war das absolut ausgeschlossen, dass die staatliche Schuld im Jahre 2010 da umstrukturiert würde. Denn das hätte ja bedeutet, dass die französischen und deutschen Banken davon betroffen gewesen wären. Und natürlich auch die griechischen Banken. Denn diese hätte man mit 110 Milliarden Euro dann retten müssen. Also die sind ja ab Mai 2010 von der Troika vergeben worden. Und Griechenland musste mit diesem Troika-Geld die privaten Gläubige auszahlen. Und das ist hier ja auch schon vorgetragen worden. Auf diese Art und Weise konnten die deutschen und französischen Banken ihre Verbindlichkeiten in Griechenland abbauen, konnten sich zurückziehen, konnten die griechischen Schuldtitel verkaufen. Und gleichzeitig haben sie natürlich auch ihre Investitionen in Griechenland aufgelöst. Denn die französischen Banken hatten griechische Banken aufgekauft und hatten dort griechische Filialen. Und die deutschen und französischen Banken haben direkte Darlehen an die griechischen Privathaushalte und Unternehmen vergeben. Die sind nicht über griechische Mittelsbanken gegangen. Diese privaten Banken waren also sehr engagiert in Griechenland und damit auch exponiert. Insofern hat man die Restrukturierung der griechischen Staatsschuld in das Jahr 2012 vertagt. Aber es war ein dezidiertes Ziel, es damit den deutschen und französischen Banken ermöglichen, sich zumindest teilweise von ihren Verbindlichkeiten in Griechenland zu befreien, sowohl im öffentlichen als auch im privaten Sektor. Aber die privaten griechischen Banken haben das Gleiche getan. Zwischen 2010 und 2012 haben die griechischen Banken mehr als 20 Milliarden Euro an griechischen Schuldtiteln auf dem Sekundärmarkt abgestoßen. Also der erste Punkt betrifft die Intervention von Trichet. Und da wurde eben eine Drohung ausgesprochen, wenn sie eine Kürzung der griechischen Staatsschuld möchten, dann werde ich den Zugang der griechischen Banken zur Liquidität einschränken. Und wie gesagt, die Umstrukturierung der Schuld ist auf das Jahr 2012 vertagt worden. Und mit dieser Umstrukturierung hat die Europäische Zentralbank mittels der Troika sehr strenge Maßnahmen erlassen. Und zwar ohne Berücksichtigung der griechischen Verfassung. Denn das Parlament hat nicht über das erste Memorandum diskutieren können. Und gleichzeitig sind da ja Maßnahmen durchgesetzt worden, bei denen es sich ganz klar um ein Verstoß gegen verschiedene Verpflichtungen handelte. Und das sind Verpflichtungen für die internationalen Organisationen, aber auch für Griechenland, wenn es um die Einhaltung der Menschenrechte und der Grundrechte geht. Das war jetzt der zweite Punkt. Die EZB hat gemeinsam mit der Troika gegen Grundrechte verstoßen und hat auch einen Rechtsbruch der griechischen Verfassung begangen. Dritter Punkt. Darüber hatte Marika auch gesprochen. Man hatte dieses Ankaufsprogramm der Wertepapiere zwischen 2010 und 2012 erlassen. Das sogenannte S&P, Securities Market Programme. Die EZB kauft bei den deutschen und französischen Banken und auch bei anderen Banken griechische Titel und Anleihen auf. Und so zu einem Zeitpunkt, als der Wert dieser Anleihen rapide verfiel. Hier wurden also griechische Titel von den deutschen und französischen Banken gekauft. Damit wurde eben ein Wertverfall dieser griechischen Titel verhindert. Also das waren dann so ungefähr 75, 80 Prozent des Nennwertes. Das wurde aufrechterhalten. Und wie gesagt, diese Titel wurden aufgekauft bei diesen deutschen und französischen Banken. Das war ein gutes Geschäft für die französischen Banken. Und Trichet, als Franzose an der Spitze der EZB, hat er das abgesichtet. Und er wurde unterstützt von Frau Merkel, denn er hat ja auch die deutschen Banken hier gerettet. Und er hatte auch die Unterstützung von Obama. Denn wenn die deutschen und französischen Banken in Schwierigkeiten geraten würden, würden ja auch die amerikanischen Geschäftsbanken mit in den Strudel gezogen werden. Aufgrund der gegenseitigen Verpflichtungen zwischen diesen europäischen und amerikanischen Banken. Die EZB kauft also diese griechischen Anleihen und wehrt Papiere auf. Wert von 75 Prozent des Nennwertes. Für 55 Milliarden Euro kauft sie da ein, sozusagen. Und da gibt es auch ein Beispiel. Das können Sie auch gerne hier noch nachlesen. Eine 5-jährige Anleihe, 2. Februar 2010, Fälligkeit, 20. August 2005, 6,10 Prozent Zinsen. Also, zu 75 Prozent des Nennwertes von der EZB eingekauft. Ein Coupon von 6,10 Prozent als Verzinsung. Aber 75 Prozent des Nennwertes, da kommen wir dann auf 8 Prozent Zinsen. Denn wenn man jetzt den Kaufwert mit dem Prozentsatz in Beziehung setzt, hat man natürlich einen höheren Ertrag, einen höheren Realzins. Und das hat sie sich im Juli, August 2015 auch erstatten lassen. Die EZB hat hier für das S&P-Programm zwischen 2010 und 2012 Anleihen gekauft, die bis 2018 laufen. Da sind nämlich unterschiedliche Fälligkeitstermine, die insgesamt bis 2018 laufen. Marika hat auch darauf hingewiesen. Die Europäische Zentralbank organisiert ja mit der Troika die Umstrukturierung der Schuld im Jahr 2012. Und die EZB ist ja erstrangiger Schuldner und beteiligt sich daher nicht an diesem Programm. Die griechischen Titel, die sie 2010, 2011 und 2012 gekauft hatte, und die ab 2012 eigentlich nur noch 47 Prozent des ursprünglichen Wertes betrugen, weil die sind ja umstrukturiert worden. Diese Titel hat die EZB der griechischen Regierung Juni, August dann vorgelegt und wollte hunderte Prozent an Erstattung haben, obwohl ja acht Prozent Zinsen real erwirtschaftet worden sind. Das ist ziemlich wichtig, denn hier wird wirklich missbräuchlich die Position der EZB verwendet für die Einstreichung von Wucherzinsen. Die EZB profitiert jetzt hier von ihrem Statut und kann hier Wucherzinsen erhalten zu Lasten des griechischen Volkes. Also die Umstrukturierung des Jahres 2012 von der Troika organisiert, war ja ohne Beteiligung und ohne Abstriche für die EZB geschehen, aber die griechischen Pensionsfonds, die kleinen Anteilseigner in Griechenland oder die gekündigten Arbeitnehmer von Olympic Airways, die ja hier für ihre Kündigung Anleihen des Unternehmenserhaltern haben. Also all diese, die Arbeitnehmer, diese gekündigten Arbeitnehmer mussten auf 50 Prozent des Wertes ihrer Werterpapiere verzichten. Und ich denke, das ist der Hauptgrund für das Scheitern beziehungsweise für den Systemfehler des griechischen Pensionssystems. Die EZB ist gemeinsam mit der Troika verantwortlich für die Krise des griechischen Rentensystems. Denn diese Pensionsfonds haben 50 Prozent ihres Wertes der Vermögenswerte verloren. Denn diese griechischen Pensionsfonds wurden dazu gezwungen, griechische Titel zu kaufen, kurz vor der Restrukturierung. Und da mussten sie eben insbesondere unter diesen Abschlägen, diesen Herkätze leiden. Hier stellt sich die Frage der Legitimität der EZB. Hier müssen die Opfer der Krise große Opfer tragen. Sie haben ja überhaupt keine Schuld daran. Und damit wird die ganze Krise noch verstärkter. Die EZB hat also diese griechischen Titel gekauft, hat sich nicht an den Abschlägen beteiligt, aber natürlich Gewinne realisiert. Nehmen wir mal das Haushaltsjahr 2014. Da müssen wir jetzt gleich zur nächsten Tabelle übergehen. Da sehen Sie ganz unten die Tabelle. Hier haben wir die von der EZB gehaltenen Titel. 42% Italien, 20% Spanien. In Griechenland, das sind nur 12% der von der EZB gehaltenen Anleihen, Staatsanleihen. Aber wenn wir uns jetzt die Gewinne für das Jahr 2014 anschauen, ich sage es noch einmal, die griechischen Anleihen betragen nur 12%, aber machen 40% der Erträge der EZB aus. Denn die Zinsen auf die griechischen Staatsanleihen sind deutlich höher als die Zinsen auf den italienischen oder spanischen Staatsanleihen. Wenn man sich die Dokumente der EZB anschaut und die realisierten Gewinne der EZB hier anschaut, dann sind das 7,7 Milliarden Euro bis Ende 2018, bis zum Ende der Fälligkeit. 2012 hat die EZB ja versprochen, die zu hohen Zinsen eigentlich nur zurückzuzahlen, aber während der Regierungszeit der EZB sich geweigert, diese realisierten Zinsgewinne auszuzahlen. Man hat nämlich dann gedroht, wenn sie das umsetzen, was im dritten Memorandum steht, ja, dann erhalten sie diese Zinsgewinne im Nachhinein. Ansonsten nicht. Und wenn man hier das auch wieder vergleicht, es gibt ein Dokument der EZB vom Juli 2015, nach der, nennen wir es mal Kapitulation Griechenlands, Anfang Juli. Das ist hier ganz unten das Dokument mit einem Link, habe ich das hier angegeben. Und das zitiere ich. Die EZB sagt, dass die zu hohen eingenommenen Zinseinnahmen können Griechenland ausgezahlt werden, aber das muss dann dem IWF weitergeleitet werden. Also, das wird jetzt Griechenland zurückerstattet, aber nur unter der Bedingung, dass die anderen Gläubiger dann entschädigt werden. Jetzt komme ich zum Stabilierungsfonds Griechenlands für die Rekapitalisierung der griechischen Banken. Hier haben wir einen Link. Das ist jetzt dieser Rekapitalierungsfonds. Sie sehen die Zusammensetzung dieses Rates. Wir haben Pierre Mariani, sehr anrufig, ist nämlich ein großer Freund von Nicolas Sarkozy. Der war verantwortlich für die Verwaltung der Dexia-Krise, also diese französisch-belgische, luxemburgische Bank, damit zuständig für die zweite Insolvenz der Dexia-Bank. Also, er wurde dann 2011 abgesägt innerhalb der Dexia, aber er hat eine Abfindung von 5,5 Millionen Euro erhalten. Und wo ist er gelandet hier in Griechenland, um sich an diesem Rekapitalisierungsfonds für griechische Banken zu beteiligen? Wir sehen hier Wouter de Frindt als Nächsten. Der war auch bei der Dexia beschäftigt. Und Komplize von Pierre Mariani, ein belgischer Banker, auch der ist verantwortlich zu machen für das Scheitern von belgischen Banken. Dann sehen wir hier noch Stephen Frank. Das ist ein amerikanischer Name. Da musste man natürlich Obama und die amerikanische Banken zufriedenstellen. Und wenn man Stephen Frank hier im Dokument mal anklickt, dann sieht man, er hat für das Weiße Haus gearbeitet, für die großen amerikanischen Privatbanken. Und er war auch in der amerikanischen Armee. Also hat er wirklich das perfekte Profil, um sich auszuzeichnen, für die Mitarbeit in einem Rekapitalisierungsfonds für griechische Banken. Wir haben 46 Milliarden Euro an Rekapitalisierungsgelder für die griechischen Banken. Aber die griechischen Banken befinden sich da in einer desolaten Lage. Marika hat ja auch darauf hingewiesen, wir haben ja diese notleidenden Kredite der griechischen Banken. Das sind 40 Prozent ihres Darlehensaufkommens. Also, dann ein weiterer Punkt in diesem Zusammenhang, erwähne ich auch in meinem Dokument. Im Dezember gab es eine Einigung zwischen der griechischen Regierung und den Gläubigern. Es ging ja nicht nur um die Rekapitalisierung, davon hat Marika ja auch gesprochen, sondern es ging um den Verkauf auf den Finanzmärkten dieser notleidenden Kredite. Und BlackRock wird sich vielleicht dafür interessieren, um da noch irgendwie Gelder einzuschreichen. Da gibt es dann die großen deutschen und amerikanischen Investitionsgesellschaften und die werden zu Schleuderpreisen einen Teil dieser Verbindlichkeiten aufkaufen, die in den griechischen Bankenbilanzen stehen. Und die werden natürlich auch versuchen, da einen maximalen Profit herauszuschlagen. Ich denke, mit diesem Vorgang möchte man den Anteil der öffentlichen Schulden in den griechischen Banken verwässern, denn der Hauptanteilseigner der griechischen Banken ist ja die öffentliche Hand über diesen Rekapitalierungsfonds. Und mit Hilfe dieses Vorgangs aus dem Dezember 2015 wird man dann noch eine privilegierte Minderheit von privaten Aktionären haben. Das werden dann hauptsächlich griechische Aktionäre sein. Und die werden ihre Aktive an ausländische Investitionsgesellschaften verkaufen, an Spekulationsfonds im Großen und Ganzen. Marika und Papa Dimulis hat auch noch einen weiteren Punkt erwähnt. Und da komme ich jetzt auch auf die erste Tsipras-Regierung zurück. Im November 2015 hat sich die EZB in die griechischen Angelegenheiten eingemischt und hat gesagt, dass Griechenland keinen Zugang mehr habe zur normalen Kreditlinie zu 0,10 Prozent seiner Zeit. Und die griechischen Banken mussten auf ELA umsteigen, also auf das Notfinanzierungsprogramm für die Banken mit einem höheren Zinssatz. Und außerdem mussten sehr viel bessere Sicherheiten vorgelegt werden. Und das war natürlich das Problem für die griechischen Banken ab dem Monat Februar. Das hatte ein ganz klares Ziel. Die Tsipras-Regierung und der Finanzminister Varoufakis sollten dem Abkommen am 20. Februar zustimmen. Aber das finde ich eine ziemlich unheilvolle Einigung, weil Griechenland dann zugesagt hat, die griechische Staatsschuld weiterhin zurückzuerstatten, ohne dass hier auch formal zugesagt wurde, die Gläubiger hier zu erstatten. Es sollten Ängste geschürt werden in Griechenland mit diesem Vorgehen. Und die Einlagen wurden abgezogen. Marika hat das gesagt. 40 Milliarden sind zwischen Ende Dezember und Anfang Juli 2015 hier abgezogen worden. Also Ende Dezember 2014 bis Anfang Juli 2015, meine ich. Man hat das immer wieder beobachten können, zum Beispiel auch während des Referendums. Die Führer der EZB, wie Benoit Curé, hat das gesagt, bei der Wirtschaftszeitung Les Écours am 29. Juni zum Beispiel. Also da hat zuvor Tsipras das Referendum angekündigt. Und Marika hat das auch gesagt. Am 26. Juni wurde die Liquidität gekappt. Am Sonntag hat die Regierung dann beschlossen, die Banken am 28. Juni zu schließen. Also eine Woche vor dem Referendum. Da sollte wirklich die Angst geschürt werden. Und das griechische Volk sollte ja nicht Nein beim Referendum hier angeben. Dann nochmal zurück zu Benoit Curé, also ein französisches EZB-Mitglied. Und der hat nämlich gesagt, wenn Griechenland mit Ja stimmen würde, könnte man Griechenland von der Eurozone ausschließen und man könnte dann endgültig die Liquidität kappen für die griechischen Banken. Und Vito Costanzo hat am 3. Juli ein paar Tage vor dem Referendum das Gleiche nochmal gesagt. Auch er ein EZB-Ratsmitglied. Das ist wirklich skandalös. Sie wissen ja, das Ganze hat nicht funktioniert. 61 Prozent der Griechenland dagegen gestimmt. Dann noch ein weiterer Punkt. Am 14. September haben wir wieder diesen Vize-Vorsitzenden der griechischen Zentralbank, Vito de Santo. Als ich gesagt habe, dass Griechenland aus der Eurozone ausgeschlossen werden könnte, dann war das nicht wahr. Da können Sie auch das nochmal nachprüfen. Hier habe ich auch die Quelle angegeben. Ich habe das zwar gesagt, aber rechtlich gesehen ist es gar nicht möglich, Griechenland von der Eurozone auszuschließen. Das habe ich einfach mal so dahingesagt. Die EZB-Mitglieder können Drohungen aussprechen, können Lügen verbreiten, können das danach sogar zugeben und haben damit überhaupt keine Probleme und werden nirgendwo zur Rechenschaft gezogen. Ich komme gleich zum Schluss. Hier geht es mir jetzt um die Lage der griechischen Banken, die ja immer noch äußerst problematisch ist. Man wird da mit Sicherheit eine Lösung finden, die wird aber sehr teuer ausfallen für das griechische Volk und gegebenenfalls auch noch für die öffentlichen Gläubiger, Griechenlands. Die EZB, die Troika oder auch dieses Quartett stellt ja immer Bedingungen. Und da soll die griechische Regierung die Struktur der griechischen Banken unangetastet lassen, um hier weiterhin die private Wirtschaft hier herrschen zu lassen. Wobei das ja ein Minderheitsaktionär sozusagen ist. Man wird mit Sicherheit die griechische Bankenkrise damit lösen können. Aber das wird fürchterliche Auswirkungen haben für die Bevölkerung, aber vielleicht auch für die internationale Gemeinschaft. Was ich hier vorgetragen habe, sind die Ergebnisse dieses Ausschusses über die Wahrheit der griechischen Schuld. Das haben wir am 17. und 18. Juni auch dem griechischen Parlament vorgestellt. Und das findet man im Internet auf Englisch, auf Spanisch, Französisch, Deutsch und Griechisch. Diese Untersuchungskommission ist von Kostantopoulou, dem ehemaligen griechischen Parlamentspräsident, angeregt worden. Diese Arbeiten werden fortgesetzt werden, auch wenn der neue Parlamentspräsident die Arbeiten beenden wird, wie er angekündigt hat. Diese Untersuchungskommission wird dann mit einer anderen Geschäftsordnung die Arbeiten fortsetzen. Ende September gab es diese Untersuchungskommission im eigentlichen Sinne noch. Das war die letzte Sitzung. Aber am 4. April wird es in Athen eine erneute Sitzung gegeben. Und da werden wir an einem Dokument über die griechischen Banken arbeiten und die Interventionen der EZB. Auch dieses Dokument werden wir dann veröffentlichen. Das wird derzeit fertiggestellt. Wir werden das also hier im Europaparlament vorstellen, am 1. März auf Einladung verschiedener EP-Abgeordneten der GUE-NGL. Vielen herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Erik, für diesen Beitrag. Alle drei Vorträge haben uns ja ganz aktuelle Informationen geboten. Das heißt, damit kann man sehr schön auch das Thema dieser Konferenz belegen. Wir haben hier ja auch von Erik gehört, dass der griechische Vertreter im IWF 2009, 2010 dort ja mitgearbeitet hat. Und damals war eigentlich die vorherrschende Meinung, es müsste einen Herkant für Griechenland geben, weil die Situation nicht mehr tragbar sei, nachhaltig sei und dass man damit wirklich auch in der Krise Abhilfe schaffen könnte. Und das hat man damals abgelehnt, um die Interessen der französischen und deutschen Banken zu wahren. Sie haben ja Erik die Banken sogar beim Namen genannt. Und dafür gab es dann Unterstützung seitens der Amerikaner, denn man befürchtete, dass die Krise größere Kreise ziehen könnte, sich ausweiten könnte und die griechische Wirtschaft musste dann die Last schultern, also das schwächste Glied sozusagen. Und dann kamen die Sparprogramme. Und zum anderen hat man die Banken wirklich hier fast erdrosselt als eine Art politischer Erpressung. Im Vorfeld zum Referendum vom 5. Juli wollte man dann die griechischen Menschen so lange in Angst und Schrecken versetzen, bis sie mit Ja stimmen würden. Und wie Sie wissen, hat diese Maßnahme großen Schaden angerichtet für die griechische Wirtschaft und die griechische Gesellschaft hat aber keinen Einfluss auf das Ergebnis nehmen können. Ganz im Gegenteil, noch mehr Leute waren dann gegen diese Lösung im Referendum. § Untertitelung des ZDF, 2020